Jetzt lasst es mal richtig draufwerden, wenn er bis bald uns vor uns an der Gegend hier ist. Ivo! 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 Das ist ja auch ein Trauriger Einlass, das ist vorgeteilt und kann mir gehen. Das ist lieben, man hat hier nichts, so kann es nicht mehr spielen. Wie ist das denn, wenn man jetzt in Wortschritt vorstellt? Ja, mit mehr Sperr zu kommen, aber es ist gut oder dreh, dass man sich noch vorstellt hat, dass man sich nicht mehr trainieren kann, aber es ist nicht ganz so einfach. Wer hat in einem Fußballprozess und dann so erfolgreicher versucht, in Jahren zu verzeichnen, jetzt geht es nicht mehr, überlegt man zum Beispiel morgens, und bei einem Kackertrinken ist man dann sehr traurig. Nein, das war ein sehr langer Prozess, wobei ich nicht die Verletzung war im Tesor, das heißt, hier wird eine sehr lange Zeit, um nachzudenken. Wenn man jetzt mal zu rufen, um die Nachhaltung zu aktiv auf dem Platz, was war denn so für ein schönes Erlebnis für den Wettbewerb? Ja, ich hätte gerne die zwei Ausstänge dazu kommen, was natürlich für mich die gute Top- oder Verlebnis war, wenn wir zu Baden waren, das sind 20 Minuten oder so viel, und bei einem Kackertrinken zu Ende auch das Ergebnis natürlich, der entsprechend war, und die sind 20 Minuten waren für mich ein Einwanderungsverlebnis. Und jetzt haben wir die schönste Erlebnis für den Wettbewerb, es gab natürlich auch mal traurige Momente, wie, was ist die Kaffee noch zu finden? Für die 2-Achtige. Wir sind 2.0 Uhr im Krieg, haben wir die Kaffee zu erhalten, dann haben wir die 2-Achtige, die Kaffee in den Wettbewerb. Wir müssen uns die Gegend in den Wettbewerb gestalten, es ist ja auch häufig hier in den 2.0 unterwegs, wie ist es da in den Wettbewerb? Das geht. Das ist aber ganz lustig. Ich denke, dass wir hier nochmal reichen können, dass es überhaupt Sinn für die Wettbewerb- und Wettbewerb- und Wettbewerb. Das gehört dazu. Wenn man jetzt mal ganz zurückblickt, nee, das ist nicht noch dran, wie der erste Kontakt war. Wie kam denn ein Gespräch, das ist hier früher und dann eine Entscheidung für den Wettbewerb? Das war der erste Kontaktwettbewerb. 2003, muss ich so sagen, wir sind ja eigentlich ein Jahr davor schon sehr beliebt, und ja, wir haben das hier wirklich gemacht, und das war auch für mich ein Beispiel. Dann lassen wir das erste Mal hinbeschalten. Ach, der hat mir direkt gefragt, aber der hat mir gesagt, und wir hoffen, dass wir uns weitergeguckt, dass wir bei uns, als die Becherfunktion auf Ruhm, als wir gegen die Funktion zu erhalten bleiben, nochmal einen riesigen Applaus. So groß meine Gende, wie wohl Willis. Und jetzt kommt der Aufmerksamkeit und alles in den Wettbewerb dieser Runde genau. und ganz schön. Und das Wieseste wird man natürlich nicht vergessen. Am Samstag, 12. November 15.30 Uhr, die große Aktion, das Abschiedspiel nie über die Average Schwerberplatz Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.